Ich mag es, aber ich hasse es auch, darüber zu reden. Es ist halt unangenehm, darüber zu reden, wenn man seine Probleme zu äußern ist anstrengend. Also, wenn man eine Waffe kann, dann kann man die Waffe aufbauen. Aber ich höre auch gerne über anderen Leuten zu, als selber über meinen Scheiß zu reden. Ja, ich auch. Das ist mich weniger anstrengend. Ja, genau. Ich hasse es eigentlich, darüber zu reden. Aber ich glaube, es ist notwendig. Ja, manchmal schon. Manchmal schon, ja. Wo man ein bisschen besser darüber nachdenken kann, was man geäußert hat. Ja, das hilft mir tatsächlich immer sehr, wenn ich das nicht immer bin. Ja, gut. Meine Eltern haben mich früher, oder meine Mom, früher immer geschimpft, weil ich nie gesagt habe, was mein Problem ist und so weiter. Was mich aufregt, weil ich das einfach auch gehasst habe und das habe ich gesagt, wenn ihr es überredet, dann rieche ich mich nur auf und das bringt gar nichts. Aber mittlerweile verstehe ich das. Einfach nur auszusprechen. Da muss nicht immer was kommen. Das hilft allein das Recht vom Laufregel. Ich weiß aber nicht, warum das so ist. Aber tatsächlich, wenn ich das sage, dann kriege ich manchmal mehr Erkenntnisse dadurch, als wenn ich einfach nur darüber nachdenke. Aber ich verstehe nicht, warum das so ist. Ich verstehe es auch nicht, es ist aber einfach so. Dann rede ich nächstes Mal im Spiegel. Ja, da kommt nun sowas wie, oh, ich bin super geil, ey, wow. Ja, genau. So, so Bateman bin ich dann im Moment auch nicht. Im Moment. Ich hoffe, das kommt wieder. Das war nämlich besser. Kannst du die Uhr danach stellen. It's been better times. Es geht mir auch so mit Sachen, die ich neu gelernt habe. Wenn ich da nie richtig drüber reden kann, dann bleibt es einfach ordentlich hängen. Dann kommt wieder der Alzheimer ins Spiel. Okay. Ja. Vielleicht habe ich das auch, aber dann ist es mir nicht aufgefallen. Ich glaube, ich habe das hart verschleppt und jetzt habe ich die Zeche zahlen dafür. Ich glaube, ich habe das auch, ich habe das auch, ich habe das auch, ich habe das auch. Ich glaube, ich habe das auch, ich habe das auch, ich habe das auch, ich habe das auch. Ich glaube, ich habe das auch, ich habe das auch, ich habe das auch, ich habe das auch. Ich glaube, ich habe das auch, 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 ich habe das auch. Ich habe das auch, ich habe das auch, ich habe das auch, ich habe das auch, ich habe das auch. Ich habe das auch, ich habe das auch, ich habe das auch, ich habe das auch, ich habe das auch. Ne, der Boss macht auf drei Spieler so einen blauen Ding Ja, aber die sind ja grad nicht getroffen Stimmt Cool Ja doch, das ist das Ad Cool Ja gut Okay, irgendjemand hat einen Kubo-Ding Ja, das ist der... Leck mich Mit einem Kubo-Stab Das ist ein Bid Warum macht mich keiner, das ist ein Bid Komisch, das kann nicht an mir liegen All the others are wrong Ja Gut, muss auch dazusagen, ich möchte ungern mit Leuten zu tun haben, die Kubo-Seite tragen Also, good riddance Okay, war schön, ich kann's haben Achso, trägst du gerade Kubo-Schlavernzug zuhause? Blavanzug, das wär cool So Kubo-Schuhe hätte ich gern so Cozy Oh no Aber nur, wenn sie den Sound nicht machen, weil der nervt Haha Bei deinem Glück machen die das Haha Ja, extra laut, weil er verbuggt ist oder so Ja Haha Ich musste grad wieder an Dani denken, weil der glaubt auch, dass seine Meinung die einzig richtig ist Ich weiß, dass das bei mir nicht so ist, also dass ich nicht immer recht hab, aber... Ja, eher nicht Haha, eher nicht, ja... Ich hab das ja schon mal gesagt, ich glaub overall bin ich ziemlich ok, was das rechthaberische Zeug angeht Ich komm mir zumindest andere OP-Mails an Also im Vergleich zu den meisten anderen Leuten bist du auch recht vernünftig Na gut Na dann Und sogar offen, also da brauchst du ja keine Gedanken mehr Leute blöd anmachen kann man ja trotzdem, das macht ja nix Haha, das kann ich manchmal nicht sein lassen Haha Verdammter Blackmatch, komm halt einmal näher ran, damit ich auch buffen kann Ist halt so ich, wohin Kann sich Reaper nicht porten? Jaa, kann sich Wenn sie wollen Kann sich Reaper nicht porten? Jaa, kann sich Wenn sie wollen Ich bin Ich bin Ich bin Jaa, kann man Ich bin Ich bin Wenn sie Mama Ich bin Ich bin Ich bin Das war's für heute. Du Schmacko, Leute. Ich hasse dich. Der Bela, jetzt schauen sie immer vorbei. Du fucking Assi, ey. Die wollen dir einfach nur einen High Five geben. Du Assi. Ich glaube, ich hab den Kern des Problems erkannt. Du Assi. Ja, echt. Das rennt ja mit dem Scheiß auch zu mir. Ja. Immer. Ey, die wollen uns ausschleißen mit dem riesigen Brennen, in dem wir vom Kopf kommen. So fucking stupid, ey. Ha. Are you fucking kidding me? Das ist immer der Blackmatch, der woanders steht. Ja. Ja. Die sind special. Ja, das sind nicht Snowflakes. Von, schau. Ja. 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 Das war's für heute. Hast du die Animations eigentlich angeschaltet? Ja, nur meine. Und deine. Ja, wir sind so oft Nier gelaufen, da war das ein bisschen Kanzler. Ja, ja, in Alliance Raids geht das nicht. Aber für Dungeons sind wir cool damit. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Nee, das bin ich aber gar nicht. Das ursprünglich coole an Dark Souls war ja, dass es keine Sau gekannt hat. Und das einfach so ein Underground-Game war, das halt richtig special war. Und das war's für heute. Dilden Ring. Ich kennt jeder. Ich kennt jeder, will jeder, macht jeder. Sehr gut. Die Kraft des Pfeils. Ist das nicht für Range? Nope, komischerweise nicht. Ich merk's mir so, weil's halt weird ist, dass es eben nicht für Range ist. Oh, was machst du denn, wenn der auftaucht? Tatsächlich, ich bin beim D-Buff. Haha. Man. Ja, komm bitte dann. Ja, komm bitte dann. Ah, ein Wert für dich. Tatsächlich. Ist nicht mein Upgrade. PogChamp. Nice. Gott sei Dank, kein Upgrade. Ah. Es ist wirklich nicht. Gott sei Dank. Sieht's wenigstens cool aus. Ah. Einmal noch. Für die P-Boy noch. 283.000. Wie, das hat dir kein Level abgegeben? Mhm. Wow. Trash. Na gut. Augen zu und durch, oder? Ja, hilft ja nix. Können auch Sirenenziehen machen. Ja. Ne. Dauert länger. Schuh, oder? Ja. Cool, da bist du. 65 und ich 66. Maybe. Ja. Wartet nicht, wenn der Tank höher ist. Ich hoffe, das passt morgen. Ja, das müsste passen. Komisches Mikrofon da. Ich hab grad Mr. Freud gelesen, aber... Haha. So heißt der ja nicht. Belfin. Ja. Oh, send Pfeil. Nee, progress. Der Ball ist weg. Ja. Ja. Paul. Ja. Das war diese кровosos. Ja. I heel gut. Kleinfakt. Ja. Ja. Nein. Ja. Ja, das gehen. Ja. Das war's für heute. Ah, das war's für heute. Fangenläufig gelaufen. Ah, das war's für heute. Ah, das war's für heute. Ah, das war's für heute. Ah, nice. Hat killen. Passt. Ah, das war's für heute. Ach, das ist ja voll geil. Ist jetzt ein Sternenraum. Und wenn Gruppendamage kommt, also ich kann das nochmal auslösen, wenn Gruppendamage kommt, das tut es einfach, es gibt eine nice Animation und Hals auf ihm. Ach, das war's für heute. 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 Ich habe noch einen Schall zu gelaufen. Das war's für heute. Das war's. 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 Thanks. Das war's. 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 war's. Das 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 war's. Nice. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. ... 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 Ja, voll. Mein dick ist schon hart deswegen. Gut, ja. Hm, sehr gut. Sorry, klein Franz. Oh no. How dare you. Oh, ich würd schon sehen. Ich banne ihn halt. Wird er gebannt im Real Life. Na guck mal, wir haben Asmongold dabei. Oh. Mein Boden. Ja. So, ich hoffe du bist ready. Nö. Spend. Ich hab alles gezündet. Also, very kate. Hm. Uh. Uh. Trust. Nope, never. Never trust. Ich bin in High Trust-Ziele. Questionable. Was für Glauben. Oh, ich bin erst Mist. So, komm. Aua. Ich bin immer gehalten. Folgt. Ja, und? Ja. Es wird nur stressig, wenn du stirbst. Cool. Folgt your bluff. Wo kommen da noch Mobs? Ich will das nicht. Naja, die drei Laserhills. Na, das wird spicy. Schaffst du schon. Hm. Ja. Sack, passt. aus. Das war's. Das war's für mich gar nichts zum Damage machen. Alles richtig gemacht. Kein DPS dem Heiler. Der Weed Ball ist im Bug. Das wollte ich gar nicht. Das war's für mich. Das war's für mich. Monca Ghia. Das war's für mich. 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 Das war's für heute. 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 Vielen Dank. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ein Titel, Ekstase 6000. Wie kommt man da wohl ran? Kuma sein. Ach daher hab ich den Titel. Okay. Fucking idiot. Das war's für heute. Du hast doch bestimmte Klassequests, die du machen musst. Richtig. Warum? Nee. Frag nur. Nee. Nix. Nix warum. Das waren sie auch für Gegenfragen zu stellen. Das ist nicht allowed. Das ist ein gutes Recht. Das ist ein gutes Recht. Nö. Gibt kein Recht. Nö. 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 Ich losse Ich bin noch zu low, Sophia Hehehe Welcome to hell Can you remember? Oh no Alright, I maintain Easy Clam Pain Wir sind überhaupt nicht zu low für Sophia Das ist 60 Content, wir sind über 60 Und? Ja, dann soll die Clam anmelden, hast du recht No, don't Let's go, I don't give a damn Nuke the boss Let's do this, Leeroy Aua Auf dem ich zufrieden Scheiße Ads Wo sind die Ads? Hat er Help Alright, der andere Dude hat die Ads Pretty sure Ich soll durch die Kotze laufen, nur für dich FogChamp Hat nichts gemacht, gerade Wo gehst du nochmal? Nice Ich hab mich sogar gerettet Haha Fuck Seitlicher Schritt Nach vorne Mann Leute Any helpers? Und Bro, komm noch her, mit deinem scheiß Dragon fucking Mongol Und wie der Daxhmongo Wo ist denn der Maschine jetzt? Aber jeder steht irgendwo, dann gibt's vielleicht der Falle. Oh, wo fährst du? Es geht um Karten. Karten verteilen. Du musst dir selber. Ich hatte noch 80% mehr, hast du eine Leckerzone. Geht! Wayblo! Der ist ja echt verreckt. Als Maschine ist. Ja, das ist keine Cringe. Wie die ist. So, bitte jetzt. Stimmt der Falle. Sind wir alleine unterwegs. Ich muss hier gerade Big Boy Saudi ansehen. Oh shit. Das haut doch nicht ab, ihr Penner. Lass mich ja mit dem Scheiß Black alleine. Fisköpfe. Ich hab voll den Black Mage gefistet. Ah, du dumme Sau. Ja. Jawohl, Ischgerl hat Fimmelköpfe. Schön vorm Ausstehen. Ja, was macht das? Ja, du guckst das. Es ist kein Wunder, dass der Krieg tausend Jahre lang ging. Also scheiße, fuck die. Ja. Ich verlesse der Heiler mich halt echt verreckt. Du glaubst das nicht. Ich hab so viel zu heilen deswegen. Ihr Zettler. Ja, Zettler. Ja, das ist ein Wunder. Ja, du glaubst das nicht. Ja, du glaubst das nicht. Ja. Ja, du bist. echt er streamt jetzt auf twitch kannst du ihn dann über Discord anrufen und gewinnen das ist voll geil oh no super gut das ist voll geil der cringe ist auch so gut der ist wie eine Kakerlake dass der überhaupt noch irgendwie Geld verdient wundert mich aber was geht halt ist das possible keiner mehr Fernsehen klaut ich hab rechtzeitig gewechselt ich weiß sonst zu Fernsehschauspieler gewonnen oder was da geht geh ich weiß ich weiß aber dieser Oh man, geht da mit dem Limp-Break und kotzt die Spucke ab. Sau du! Amt! Sau! Du Gereislige! So muss er ausgehen, get me the fuck out of here. Ja, das ist eine gute Frage wo der ist. Nee, da ist er sogar. Autsch! Allianz-Raid? Ja, da gibt's gut Marken und Erfahrungspunkte. Bro, ich hab noch nie einen Allianz-Raid getankt. Ja, dann gibt's Zeit. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße, Alter. Oh mein Gott, ey. Wenn ich in Gruppe A bin, muss ich main tanken und alles machen. Ja. Ja. Machst halt alles falsch. Alter, scheiße. Alter, scheiße. Alter, du ein Scheiße. Alter, du ein Scheißdreck. Das sind wir fucked, Junge. Ja? Oh mein Gott, no! Hahaha. Wahrscheinlich eh Christopharm. Oh no. Oh no. Alter 4. Voll bereit für alles bin ich. Alter 4. Als Heiler hast du keine Verantwortung. Er ist einfach nur Eierschaukel. Stupid ass. Ja, einmal ganz, jetzt schon. Fucking bollocks hier. Kann man auch wissen, wie das so ist mit dem Null Verantwortung haben. Sau. Gönne ich nicht. es ist uns ich bin in gruppe a und wir sind absolut gefickt und was sind wir das sind wir in gruppe a ich bin fucking ostradamus oh my god glück gehabt ich hab diesen fight noch nie überlebt scheiße was muss ich hier machen was sind die tanken kann ich sein ich bin dran einfach überlegen das ding jetzt runter ah ich muss meinen tankstands anmachen i don't know maybe fuck off doorway das ist 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 Ah, ich bin zu weit weg! Ich bin zu weit weg! Boah, gerade noch! Gerade noch! Bleiben die Tanks noch? Halleluja! Wahnsinnig, ey! Das ist die größte Stress, die ich hatte. Scheiße! Ich luchte gleich weg. Und... Was ist das hier verklemmt? Toast. Oh, das Flut, ja. Was auch immer das ist. Ich kann verhängen, das auch. Help! Ich glaub sie's nicht spellen können. Was? Ja, ne. Boah, verpisst, Alter! Frick! Wo stehen da alle? Ja. Ja. Was ist das? Echt? Schatz. Ich hab ihn jetzt raus. Ja. Ich hab ihn, wie er ganz raus hat. Das ist mein Kind. Ja passt, ich stehe nicht durch. Oh, nicht mich. Ich weiß genau, was der Boss macht und mich verheckt trotzdem. Ich hab hier keine Ahnung, was ich machen muss. Das ist ja typisch du. Ja, stimmt. Wieso können wir den jetzt endlich mal fucking killen? Krass, First Strike. Rock Jam ey. Huge Tank DPS. Oh, der Herr, der ist verrückt, was du nimmst. Ja. Ich bin gerade stark am überlegen, ob es hier irgendwelche Einzelmechanik gab, wo hier der Tank irgendwas machen muss. Oh. Hope not. Hope not. Hope not. Love that fight. Hate that fight. Aber die Stadt ist nice, hier würde ich gerne wohnen. Warum drück ich nicht einfach um hier, weil kann ich tapen? Tja. Ja. Jedes Mal. Highfall. Brrrring. So. Ich nehme nochmal 2, I guess. Gruppe B für Bastard. Gruppe B für B. Ja. So will ich, wir gewinnen, ich sie. Huge DPS. Go. Ich bin dick. Ich muss hier'n gehen. Ich habe one. We have one. We have one. Gefeist. Äh. Steinaugel, kann man es kicken? Kann man nicht kicken. Oh shit, bro. Ja, heiler Mongo, wenn du hier neben mir stehst, dann kriegst du weg. Ich war immer so freil und hab ihn abgespuckt. Oh ne, jetzt kommt der Clown, oder? Fuck, alter, bei dem verreck ich immer. Clown, Alter. Scheiße. Scheiße. Ja, war ein bisschen weird. Wie seine Waffe. Sehr schön, mein Donger. Da, ein Auge drauf auf dem Donger. Hehehe. 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 Der falschte Mutant. Mutig. Hehehe. Speak as a pie. Ich hab keine Ahnung, wie die scheiß Mechanical funktioniert. Das ist wie der Spiegel, oder? Ja, okay. Ja, okay. Ahhhh. Junglau... Junglau... Take Bastard. Okay, er schießt das Ding jetzt hier rein, und dann kommt er. Dann kommt es bei meiner Fliegel raus. Aber bei welchem... Bei dem das aktiv ist, oder das was du vielleicht? Bei dem was die gleiche Fahrwehr hat, oder? Feuerschaden resistent Feuerschaden resistent Feuerschaden verliebt We got some damage Oh my god Help Ow I've never gotten damage I can't see the damage When in doubt Impress sie, was sind die Idioten sicher ist, nicht? Ich will zum Stein! Cope! Cope! Nehm ich das die Spellen? Ne, ist mir schon abgelaufen, ne? Kill this bitch! When in doubt, cope! Die alten Bauern weiß ich nicht, ne? Das ist ein Bauern! Kill this ass, you wipe! Entschuldigung! ... ... ... ... Es wächst ja auch noch den Kortnachdummen. Was ist das? Wer soll es sein? Fuck Press please Schuss, den Argen. Fuck, macha. Ah. Ah. Sehr schön, Gott. Bedarf! Alles gut! Oh, Ultima Weapon schmapp'n! Ich fände Dacos, so big! Okay, best of fucking something! Let's go! oh shiit und strahlen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die macht irgendwas dummes Ah, wenn das geht Ich bin froh, dass wir noch nicht Level 70 sind Dunkelheit zu mir Das hat gestern schon gereicht Oh no, Bro Du warst so ein Cycle Shocker, habe ich noch nie erlebt in dem Spiel Jetzt habe ich nicht gesehen, wie die Ability her ist Wohin drehst du dich jetzt? Dunkelheit Dunkelheit Oh shit Der Tritt weiße Schaden Ich habe so ein Treasure Ich bin froh, Bro Sidney Crosby Ich bin froh 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 es es So? So? Probably. Aufstehen wir, das wird das. Weg! Ja, ich hab gekickt. Okay, klar war mein. Man kann sich nicht kicken. Ich bin gerade festgefroren. Ja, die du. Ich war nicht vor, du bist ein Boot. Ja. I am fucking dead dead. Rotten, ja. Den hätte man interupten müssen, man kann den so nicht kicken. Good to know, I guess. Lol. Boom. Sokas. 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 Ja. Now here for uh. Wea für 3 Battle. Die da ist der 2 inicial ist. Jissen. Cloud! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. 30? 13. 13? Ja. Hast du bekommen? Ja. Ich hab 30 bekommen. Ist denn dein Ding vielleicht voll? Ist das mit 2000? Da sieht man den Scheiß da noch. Vermögen. V. Kampf. V? Also bei mir ist V. Ja, wieder mit seinen komischen... Ja, sie sind voll tatsächlich. Ja, deswegen. Aufchappen. Ja. 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 Nein. Ja. Ja. Ok. Ja. Oh, oh... Willy. Ich würde jetzt wieder hinter den Türen aber... Okay, die müssen wir einfach nur kaputt machen, dazu wieder wegdrehen. Okay, die müssen wir jetzt wieder wegdrehen. Okay, die müssen wir jetzt wieder wegdrehen. Was ist das überhaupt für ein Typ, Alter? Wo kommt der her? Was macht der? Der hat irgendwie, ähm... Wie heißt es? Vivilisation, wo es mehrere Dungeons davon gibt. Thunderpaw? Genau. Ja, der hat irgendwie Underpaw geplandet oder so. Oder der wurde von dem besprochen. Okay. I need this to be the next fucking story. Tell me. Ja. 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 V zast миллионov settings. Ja. 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 Anteilas. Ja. Dia mín words. Ja. Gift ausser. Epischer als Zodiac Epischer als Illidan Ach, ja gut Ist ja nicht schwer Der Mond ist schon sehr nah, ne? Maybe Apropos Zodiac Zodiac Schmoudiac Sie hatte recht Yo, hier googelt's Easy, Zero Damage Oh fuck Ich dachte ich hab aus Versehen gespott Das ist ja immer zu viel als zu wenig, ne? Ne? In dem Fall nicht Schade, warum sind wir mit dem Cast rumgelandet? Ah, das ist äh Ein extra Anmeldebutton, du kommst immer mit dem Cast rumgeland I can see why Hat 1 AP Castet erstmal Flächendeal Wow Das ist der Anti-Sticker Maybe Yes, it was Tapst du dich hier rum Ja, ich kann meinen Charakter für 45 Sekunden so gut wie nicht bewegen What? Ah, jetzt hat Ich hab trotzdem ein Curse auf ihn Oh shit I fucked up Ich bin mir nicht mehr sicher, was hier zu tun ist Ich bin in der falschen Gruppe gelandet RIP Warped into the wrong neighborhood Warped into the wrong neighborhood Verpiss dich mit dem fucking trash stack, Alter Wo Chapter 1 warped into die In der falschen Gruppe Waslio Ich bin in der Mitte gestanden, bei den Meteoriten. Ich bin in der Mitte gestanden. Das war's für heute. Das war's für heute. Danke, fuck. Normales. Wie findest du den Helm? Trash. Ich hab's hier hinten gemacht. 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 Wie nix bekommen. Trash. Ruffle. Ich hab's hier hinten gemacht. Absolut. Ja. Alter, ich muss pissen, ey. Dax und Franz. Mach dir bestimmt horny. Ich hab's hier hinten gemacht. Fuck you. Oh man ey. Jaaaa. I hate him so much. You shouldn't. Why? You should just bite him. He's a creepy crawler. Ich hab's hier hinten gemacht. Ja, welcher Spaß die schreibt denn sowas? Ey, bitte. Ich hab keine Ahnung. Depp. Wie ein wenig lebt. Welches level hast du jetzt? 66? Bruh. Brrr. Ohohohohohohohohohohohohohohohoh. Uhhhhhh, nooo. Was für ein verrückter Mongo, ey. Kriegst du da nicht so weit? Also, das dauert länger, als ich gedacht hab, Alter. Ja gut, wir waren jetzt auch nicht so effizient, weil wir immer unsere kleinen Pausen gemacht haben. Das hältst du sonst nicht aus. Der höchste Rostjong. Ja, das ist doch so. Ist doch furchtbar, ey. Wie oft soll ich noch Shizui laufen, ey, ich kotze gleich. Wadams Probe, dude. Burg Doma, forever and ever. Ja komm, also Burg Doma ist ja wohl absolut PogChamp, ey. Vergleich zu Wadams Probe schon, ja. Scheiße, heute waren 12 Grad, willst du mich verarschen? Ja. Ist ja Frühling. So, ich muss jetzt echt auf Klo. Boah. Gut, gut. Put. wars самый cool. Maragieren wir sie nicht zu Hause, wo man lange nicht noch keine Zeit so cauer den G scratched, indem wir sie rum. Fre cheap. Unsere Gruisse. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Weißt du was? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin überhaupt nicht durch oder so. Nö. Nee, gar nicht. Ich muss so ein bisschen Wasser trinken. Hab ich noch Wasser? Hat bei mir auch nicht geholfen. Kannst du so viel Wasser saufen, wie du willst, ey. Badams Probe, Junge. Fick dich ins Knie. Wenn du nicht schon durch bist, kann man auch Titania machen. Alter, nee. Oh man, Gott. No. No. I don't wanna. Titania ist der Hebel in deinem angeknacksten Geist. Der den Wahnsinn noch richtig hervorhebt. Boah. Boah, weiter. Wasser? Ja. Wasser unterrückt es danach. Ne, nicht die Pisse. Pisse mit Kohlensäure. Stell dir mal vor, du kannst Kohlensäure pissen. Hast du? Geht? Wie? Das ist so irre. Ja. Einen Sprudler rein tun halt. Einen Flasche pissen und Sprudler rein. Ne, Mann. Ich dachte direkt ab Quelle. Verstehen Sie? Ja, das ist weird. Das ist mir zu weird. Prickelt. Das ist mir wieder zu weird. Aber das sind die Thermomixer, warum er der Scheiß heißt hier. Wer ist denn die Dinger? Was weiß ich. Sprudl-mix. Ja, Sprudl-mix. Du weißt, was ich meine. Ja. So das Stream. Jetzt. Fuck's sake, Alter. Hier, jetzt mit Pissgeschmack. Nice. Pisse-Tabletten. Und mit einem Urinstein rein. Löst sich dann da drin auf. Urinstein. Guter jüdischer Name. Da ist der Duncan Clownard Espresso. Oida. Die Gilde heißt Acafé. Ja, ich freue mich auf die Haushaben. Das ist bestimmt ein schönes Kaffee. Ich komme vorbei. Ich zahle aber für nix. Ich frage ihn mal. Oh, hier heißt einer Smagsy. Ah, nee, so heißt die Gilde. Das makes sense. Ihhh, oh my god, iiiiihihi. Iiiiihihi. Alter, nee. We are awesome, Alter. Du scheiß seid ihr. Seit 2014 gibt's euch. Alter, fuck's sake, bro. So furchtbar. Bunny fag. Bunny fag. Alter, die Gilde heißt Nude. Rein. Nudest Beach. 25 plus. Ja, da hab ich ja grad so rein, ey, holy shit. Als er sagt ja. Was ist das? Dank kein Donut. Dass seine FC-Haus ein Kaffeehaus hat. Ja, guck's euch doch. Hm. Du hast mir eine Frage, oder? Ja, natürlich. Ja, du solltest fragen, wo das ist, damit ich da hingehen kann. Okay, ich frage. No, don't embarrass yourself any further. Ich bin spät. Stop it. I will embarrass myself as much as I want. Ja, that's exactly the problem. Bin ich bestimmt blockieren und gemeldet. Ja, genau. Hast du dein Account gebannt? Wie gesagt, das ist lecker Chateau and Indoor-Outdoor-Café, sagt er. Was? Chateau? I forgot the location, let me find out for you. Ist ja Stress. Jetzt machst du diesem armen Peasant auch noch voll viel Arbeit, ey. Hoffentlich hab ich mich eingeladen jetzt. Hast du? Warte, ich muss raus, sonst bin ich embarrassed. Kommt bestimmt irgendwas übes Toxisches zurück. Behind your moms house, oder sowas. It's right at these nuts. Komm, kommt jetzt. So. Ich hab gehört, wir machen jetzt Darnass. Er hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Krass, ja guck, so easy geht es. FogChamp. Wow. Blöd, dass ich das schon selber nie gefragt habe. Man muss nur die Leute mal anlabern, wenn es nur getroll ist. Das war kein getroll, das war eine genuine question. Genuine. Genuine. Oh, jetzt ist auch noch jemand auf der FL. Ein Scheiß. No weirdos. Tja, meine ist empty, like fuck. Is it possible to do a state teleportation? Der will mich da echt hinführen. Ja, mach doch. Ähm. Du musst wahrscheinlich die Gruppe liefen und mit ihm rein. Hm. Weiß gar nicht, wie das geht. Und warum portest du dich da hin? Das geht wirklich, oder wie? Das ist wahrscheinlich dasselbe, wie wenn ich mich irgendwo hin teleportieren, dann kannst du da auch kostenlos hin. Das wird er wahrscheinlich meinen. Oder du portest dich in der FL geht das, glaube ich, auch irgendwie. Äh, er sucht mir jetzt die Location raus. Zu einer Unterkunft teleportieren. Da ist das. Meurein handelt. Was? Lass ihn einfach mal ein. Jo. Den gibt's hier grad echt Mühe. Oh, okay. Veranstaltungsraum und Kleidungsgeschäft, Chirugane Bezirk 8, Größe 30. Chirugane Bezirk 8, okay. You can red click on my name on the friends list? Ja. Und du SC teleportation? Ja, zur Unterkunft teleportation, musst du dann dastehen. Nee, Gesellschaft ansehen. Ah, Freundesliste deswegen. Ja. Ich war in der Gruppe. Jetzt sind wir geraped. Cool. Ist das das riesige Haus hier? Ist halt echt ein Café. Hier sind Stühle, eine Karte. Ah, das wird so. Ja. 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 Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. 30. Ja. Das große da, also harte ist. Okay. Das fette Haus, ja. 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 Okay. Ja. Ops, ops. Oh, god. Oh, god. And you. Nice. Oh, god. Oh, god. Fuck, ich weiß es nicht. Und wir haben es hier mit Professionellen zu tun. Ja, das ist auch meine Befürchtung, ja. Was? Wir müssen die bezahlen. Oh, no. Oh, no. Fuck. Ich habe nicht genügend Emotes für sowas. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich glaube, der Lala fließt den Tod. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich weiß es nicht, aber ich habe es trotzdem getan. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich habe es nicht einmal gegeben. Zu gütig. Gib ich mir. Ja, hau ein Geld raus. Mach ich. Masala Tee. Masala Tee. Na dann. Kann im derzeitigen Zustand nicht benutzt werden. Warum nicht? Muss man aufstehen dafür? Sieht so aus. Oh. Nicht nur aufstehen. Aber ich habe nicht nur hier. Okay. Oh, mein Gott. Ich habe keine Cringe, aber... ... es ist okay. Ja. Es ist lustig. Es ist Honnest Cringe. Es ist ein Room. 5-Heads move! 5-Heads move! Ich hab noch nichts bestellt. Oh no! Ich hab 50.000 Geld. Ich hab dich da rein gerettet. 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 Oh no. Fuck. Schönen Seehund, den du da übrigens isst. Was? Seehund? Oh. Gib ihm 3.000. What? 10.000? 10.000 Kill? Für Food? Okay. Klar, das ist ja lohnt. Wir werden jetzt hier fucking ripped off. Ja. Oh no. Ja, wir kommen hier nicht mehr. Er ist zu teuer. Are you sure? Nee. Carbonara? Nee. Carbonara? Ja. Got ripped off. I'm gonna be... I'm gonna be fucking broke. By the end of this. Was macht ihr die emotes? Mhm. Carbonara? Fuckin get me out of here. Mr. Dunkin Donuts. Bin ich froh, dass sie nicht auf meiner FL sind. Sonst wäre ich nämlich kein Gelionär. Eieieieieiei. Wrapped off. Hast du überhaupt schon im Haus? Nee. Straight to the garden. In der Welt bin ich ja instant arm, wenn ich da reingehe. Straight... Straight ribbity ribbed off. Goddammit, nepper. What have we done? Chocobo's previous owner. Not bad. Toll, was sag ich jetzt darauf? Kann ich jetzt etwas über die Carbonara sagen. Ah, hast du schon. Of course I did. So. Such involuntary RP. This was not my intention. Haha. Amen. 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 Pass. Okay. Oh no. Oh no. Fuck off, dude. Scheiße, Alter. Wieviel muss es aber gut sein. 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 Ja gut, die müssen wir nicht zahlen dafür. Jetzt macht sie Baderei hier. Oh, vielleicht ist sie gut. Uh-huh. Ja, mit ihm. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Irgendein Entspannungs-Emote Kommt dir das bekannt vor? Ich hab noch nicht drüber nachgeklappt. Ja, tut's. Ist das irgendein Popsong? 100 Pro, aber welche? Clip. Ich brauch das E-Mode, wo man Geld auf Leute schmeißt. Ich hab noch nicht drüber nachgeklappt. 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 Jujutsu Kaisen! Das Ending! Oh, okay! Cool! Voll gut! Lost in Paradise! Leper King Prime! Das ist nur der letzte Sein, der noch klatscht. So ist der hingerichtet. So, what now? F**k! Das kommt mir auch bekannt vor! No clue! Also wahrscheinlich noch was anderes Anime-mäßig ist? Animo-Connoisseur hier! Der Weep! Watch the right anime, warum spielen sie nicht mal Death Note? Lovely soundtricks! Ah, f**k! Oh! Also nicht, dass ich hier arbeiten will, aber... Hehehehe! How full are we? Ob wir satt sind, oder? Nope! Ne? Nicht, wir wissen, wie viel hier los ist! So, in general... Also full are you guys, okay? Ähm... Wie ist die Adresse? Jetzt muss man erstmal durch... Also, ähm... Chirogane, Bezirk 8 und Haus 30. Bezirk 8, Haus 30... Ich hab mein anderes Catgirl jetzt damit beauftragt... Vorbeizukommen und uns abzuholen! Ah! Ja... Nice! Ja! To the rescue! Mhm! 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 Ja ja... Die Filthy Poors hier... Ah, da hinten ist Wein, for a chip Your food and drinks will be free for all our friends, ok Da haben wir wieder gerade gezahlt Out of courtesy, ja, weil wenn die Lid sind Wir sind schon sehr gerne, wenn ihr einen Blut ... ... ... I MEAN, DUDE, es ist was es ist! Ich bin ein Hand-Over-You-Kinne, jetzt! Bestimmt ein Baites-One Oh! Rettung! Rettung! I like it! Oh oh! Yes! Ah! Emotes! Oh, I like it! Ahhhh! Mmm! und vor den laderfell auch noch und vor den laderfell Ah, nochmal. So. Adios. Ah. Aha. Okay. Okay. Oh. Ah. 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 Oh Gott! Ey, aber die Rala-Performance war nice! Ja, die war gut. Äh, du musst, äh... ...sie noch in die Gruppe einladen und dankend raus. Oh. Ja, stimmt. Bye. ... ... ... ... ... ... ... ... Hahahaha Außer euch als Buff Food Ja Hahaha Ich habe auch irgendwas anderes bekommen Klo-Shard wärmt sich für den Kampf auf. True. Für das Geld. Okay. Was ist der Plan? Ihr wollt eigentlich leveln. Okay. Okay. Ja. Ja, passt. Sie machte D, ich mach healer, du tank. Yes. Ja. 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 Gut. Done? Oh my fucking god. Das kannst du dir echt nicht ausdenken. So funny. Ja. Machen wir. Immer useful, ähm, einen Catgirl zu haben. True, true, boogie. Ja. 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 Ich komme da immer noch nicht drauf klar, was gerade passiert ist. Der auch nicht, macht nix. Ich hoffe wir waren nicht zu unnötig. Wir haben uns echt attack benommen, also passt. Der Typ wollte der Gill geben, also ich weiß nicht ob das ein Troll war. Aber der hat mir noch irgendwie Gärtner Metz gegeben oder irgendwas. Rechte Hälfte des Prismato von Herzens. Ja, das habe ich auch bekommen. 10.000 Gillen. Oh shit. Aber du kriegst nur Fernkampf-Buffs hier oder was? Oh mein Gott. Lass. Ach so, wegen den Karten. Ja, wegen den Karten ja. RNG klasse, perfekt bin ich. Ja schon, wenn du schon einen WoW nicht mehr hast, dann wenigstens hier. Haha. Ja, hab ich schon. Haha. Ja. 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 Na ja, das ist jetzt mein Joker. Das rückst du jetzt. Das war's. Ist da eigentlich eine Freundschaftsrunde Frage von dem? Von dem Donut? Ja. Hallo. It's only you, buddy. Du würdest vielleicht profitieren, wenn du ihn tatsächlich hättest. Maybe. Ja. 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 Es stimmt. Wie macht denn ein FC-Haus zum Spaß und nicht Kohle zu machen? Also, die Kaffee, irgendwie. Ja, weird. Zum Großes vor allem. Weird, shame. Ich wollte nur trollen, den Team. Hey, sag mir Danko Donuts, meanwhile. Five minutes later. Oh, 10.000 kill, bitte. Oh, fuck. Herzlichen. 10.000 kill rebounds. Ja, hier oben kommen die Feuerdinger. Hm. 6-Head. Ja. 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 Du wurdest schon mal angeblöbelt, weil ich es nicht gemacht habe. Haha. Okay, ja, du hast doch schnell öfter getankt. Ja. Du wurdest aber echt immer toxico am Start. Ja. 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 Ich weiß nicht, wie. Ja, ich weiß nicht. Ja. 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 Das war's für heute. Ja, ich bin mit Leuten nicht so lucky, ich krieg immer die Dita ist da da. Ja, und ich auch, wenn ich dabei bin. Ja, bei dir. So ist es. Ja, dann muss ich entscheiden wie an mich halt nicht. Ich bin so leid wie den Typen gerade ab. Ja. 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 Das mach ich schon. Ja. 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 Ich bin im Wecker oder sind die Leute, um die rum die die Stiefeln? Das variierte bei je nachdem. Durch Corona ein bisschen weniger Stiefel geworden, aber... Ja immerhin, das hat's doch was kaltes. Aber ist das zumindest wahr? Ja, auf jeden Fall. Schön durchgeprügelt für die Arbeit. Du die Arbeit. Lässt dich knüppeln, das ist schön. Ich habe mich schon gut gestärkt. Dann kommst du die Arbeit. Der Körper muss blau sein, du kannst dann klar arbeiten. Ja, genau. Das weiß ja jeder. So, der Fatboy hier macht fat GPS. Den schnitzel. Remember. Ich habe noch eine fette grüne Piste lag am Boden. Das stimmt gar nicht, weil ich das gekickt habe. Nein. No trusting. Ja. Wieso ich in das auch trusten? Ist ja dann cool auch nicht. Klar, ich kann hier wieder easy interruption. Aha. Aber das kann ich nicht interruption. Das habe ich verkackt. Super. Shit ass. Ah, das haben die jetzt gekickt. Ja. Fuck, alter. Big dick dps. Oh shit. Oh man. Hm. Komm. Das sieht man nicht alle Tage. Pass, 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 pass. Freue ich nicht. Trash. Die Mengen. Die Wegeküche. Die Regie. Die Regie. Die werden mit dem, ja. Gelatscht werden. Ja. 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 Die Animation ist so dermaßen geil. Z troll. Warte. Auf deinem White Mage Untreu zu werden. Der hat mir cool Dienste geleistet. Ja. True. Time is over. Time is up. Fuck you. Ne Bred. Fuck you. Auf wieder rückzug. Fuck. Der mäßt Deil. Der will ich mit dir gelabert werden. erschaft. Ah. Ja. Moody, Moody Starscam Oh shiiiit Das stimmt, kann ich mir gut vorstellen, das ist ähnlich wie Fury Warrior, der Reaper Scheiß zu parken Mr. Darko, sie kriegen mein Upload Ah, wer hat Furz da, jawoll Pock Endlich wird meine Arbeit immer gewöhricht hier Dann... Beglaube ich Beglaube dich Nimmerreich Hallo Oh no Wtf 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 Leute, wir hauen ja schon jetzt dicht manchmal, ne? Ja. Ja. Und? Heal adjust? Gut, ich schalte erst bei jedem Trashpack die FZ. Aha. Du musst ja lernen, wenn du das bist. Uuh, schau! Hui! Wow. Jetzt dachte ich kurz nicht korrekt. Fällt mir, ich könnte schon weit runter. Ja, für die wär's. Ah. Fahne wär's. Total. Total. Oh, jetzt gibt's noch Small. Holy shit. Good luck. Oh, holo! Do it live. Wah! That's a wild attitude. Fuckin. Wirbel. Au. Careful. Thorsten. Superass. Noooo. 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 Das was. Komm, komm, komm. What? Du hast doch eine gute Position zum Kämpfen. Ja. Super. Toll. Absolutely gorgeous. Donnerei opfern, ja. Ich opfer mein Donnerei. Den Dunei. Blut und Dunei. Blut und Dunei. Jetzt geh ich an. Weiter. Blut und Dunei. Ganz normaler Dunei. Ja ohne Soße, da ist dann der Blut drin. Fuck, Cheat bei. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, wo der Scheiße ist oder was. Ja genau. Let's gucken, wo der Scheiße ist. Loot em up. Fuck em up. Got em. Oh. Also. Musst du reinstellen oder nicht? Ja klar. Okay. Ah. 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 Fuck. Eh. Chickade. konnte.. Das war's für heute. Da musst du doch irgendwie die Boss... die Totems ziehen oder irgendwas? Die Totems wegtragen... Ja, das ist der PS Job. Ich bin tankt, ich mach nix. Gut, ich auch nicht. Komm. Du musst nur jazzen. Mach doch die ganze Zeit schon. Man. Wie mehr. Entitled. Ja. 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 Du bist dasziej. F權алосьes. Was hat dir denn zu viel Damage gemacht? I don't know, war One Shot. Oh. Die Bienen? Ja, ja, die Bienen werden es sein. Todesstich oder so. Oder waren das Bienen? Ne, der Baum. Ich hab keinen Fall. Was mich gekillt hat. I don't know. Da sind wir dann. Lass mal ein Cappuccino trinken. Das Totem ist da rein oder raus? Weg. D coming. Dab auch. Sluppe. Sluppe. Ok Ich glaube, wir haben uns genau falsch gemacht Ja, ich gucke mir auch gerade so Komm, nice Oh mein Gott! Let's spawn the head of my life I am confused That was my last time I don't know I am so confused I don't know I am confused I am confused I am confused Ich hab's gar nicht gemacht, krink Alter, so viel Tote, die Sache Oh mein Gott Scheiße, ich hab immer noch so viele allergische Steine Wollen wir schon runter in den Schiff In meiner Sicht Oh mein Gott, wie ich wüspe. Spannende Ja, du kannst ihn mal kaputt. Okay Ah, dann kommt der Boss schon, ok. Shit ass. Ich könnte auch Aui zu casten, dass ich mich dann am Sack kratze. Das hat sich irgendwie auch für den Sack. Ja, immer. Was ist denn los? Vielleicht prob ich aber. Kann sein. Ich hoffe es zwar nicht, aber... Ich hab den Dungeons letztes Mal vor einem halben Jahr gemacht oder nicht? Ja, das ist doch scheiße also. Oh, guck noch Video Sequenzen. Okay. 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 Gibt es ein paar Gebär? Gibt es ein paar Gebär? Gibt es einen nicht von der Plattform runter? Maybe. Oh, okay. But who knows, really? Wir müssen hin, oder? Ja. Ja, muss man. Scheiße, ich werde in den fucking von Abo rein. No! Kann man den nicht helfen? Nee. Oh mein, okay. Ich fagge den. Wird sie fix, ey. Ah! No. Schön. Und ausweichen. We gotta do. Du Böen. Next. Schon ein Drecksauer, ja? Zu... Scheiße, ich bin... Ich seh's. Alright. Feier. Fucking hoff mich zu jüten. Ich hab eigentlich gesagt, keine Ahnung was sie was erblasen war. Just killing for good measure. You're gonna have to gain a score. Ich hab schon gesehen, okay. We can get rolling so much going in. Actually, we can get rolling so much. So well, beat. Ja, okay. Fucking bollocks Alter. Fucking assällt man. Wooah. Ausfokus geht gar nicht mehr. Nö. Es ist... So, run 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 run! Okay, ich werde jetzt wieder hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab gesagt, du kannst dich mit dem Ding in den Boss reinstellen, dann kann ich cleaveen. Boah, ist das ein Neues. 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 Oh, es ist gedroppt. Ja, ich auch. Oh, es ist gedroppt. Oh, es ist gedroppt. Oh, es ist gedroppt. Oh, es ist gedroppt. Oh, ich kratze langsam an der 68. Oh, es ist gedroppt. Oh, es ist gedroppt. Oh, es ist gedroppt. Oh, es ist gedroppt. Also zweimal Baradam. Nur einmal. The biggest doubt that has ever been doubted. Ancient aircraft. Oh, es ist gedroppt. 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 Oh, es ist gedroppt.